so die damen und herren noch mal zu etwas ganz anderem das hier ist eine brücke sonderanfertigung ganz aus ahorn die mir der pfeiffer und die frau pfeiffer mit ihren eigenen knubbligen händen mal so als prototyp gebastelt haben das besondere an dieser ukulele ist dass sie einen stufenlosen übergang von hals zu korpus hat das sieht man jetzt hier ganz gut und jetzt lassen wir das mal ein bisschen bemühen und 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 Ja.